Oh, Doppeltrend. Doppeltrend? Für Ferdinand jetzt. Für den Ferdinand. Da werdet ihr schon zufrieden. Guck mal, nur ein Ferdinand, ihr Helm. Ja. Ist doch nicht so viel verlangt. England jetzt, komm. Hopp. England. Guck, Innenverteiger, guck. Ja. Come on, man. Oh mein Gott, mit Ansage. Ey, Digger. What? Einfach Hot-Tab-Streams zu machen. Ja. Oh, Eiken. Das war Eiken. Bin ich... Oder? Das war Eiken, ne? Hä? Oh, mein Gott. Ich dachte Eiken. Wallah. Wenn ich hier hin will, dass du verlierst. Krippen? Welt-Tacklen könnt ihr ein bisschen krippen. Rücken nicht an der Lehne. Weißt du, sondern so... Ja. Ich auch. Wenn würde das... Das hat gezählt. Ich hab das beste Tor in FIFA gemacht. Ja. Was machen? Kamerun. Komm. Ja. 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 Oh mein Gott. Let's go. Was klingt jetzt ab? Mach nen Clip, Digger. Mach nen Clip da rein. Warte. Ey. Oh mein Gott. Ich hab alles gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab alles gesehen. Oh mein Gott. Oh nein. Ich kann nicht mehr. das kann doch kein guter spiel was 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 ich hab schon so jubel ausgeholt ach so mein gott oh mein gott bin ich lost autoblock geiles feature hattest du schon gesagt what the fuck ne digga ich bin durch ich bin durch was denn das alter leute einfach der for champions player pick das spiel macht mich so sauer was der ist doch vorbeigegangen oder ach der ist durchs netz durch der ist durchs netz durch oh mein gott das ist verarschung chat das ist alt das gibt es wie viele icons gibt es jetzt über 50 und zwei mal denselben denkt dran kurbeln 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 kurbel Das ist ein Arschloch. Ich kann nicht so ausrasten. Frankreich! Neh mal! Neh mal! Neh mal! Oh mein Gott! Das muss es doch eigentlich sein! Ja Lull! Kann man auch machen! Rot! Rot! Er gibt ihm Gelb! Und er kriegt ein Elfmeter! Digga, wo ist das ein Elfmeter? Ich leg schon wieder 2 in und hinten! Guck mal! Der spielt nur den Ball! Und es gibt Elfmeter! Guck! Nur den Ball! Der ist vor Ronaldo am Ball! Aber Ronaldo schießt! Was ist das? Er ist vor Ronaldo am Ball! Und es gibt einfach Elfmeter! Digga, hab ich gerade eben gespielt! Was wollt ihr von mir? Was? Hat der dich nicht 7-1 verangeschickt? Mann! Der Kackbacher! Nee! Allah Allah! Iben vom Walkout! Frankreich! Frankreich! Oh komm! Samaxi! Gucchi! Let's go! Wow! Gucchi! 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 Tschüss, tschüss.